Chefmeer ist also auch besiegt, dann fehlt eigentlich nur ein Guardian, denn es war von vielen Geräten und wir kennen ja auch vier Biometalle, um es mal so gesagt zu haben. Das müsste dann quasi das sein. Gespeichert haben wir, oder? Dann werde ich mich mal an die Dings ranmachen. Ach, es ist eine Basis in der Düste oder so. Und da soll ein Repoiden halten sein. Mhm, wir müssen es finden. Mhm, so schnell es geht ritten. Könntest du die Basis finden? Irgendwo in der Wüste? Ja, das habe ich schon verstanden, glaube ich. Ich zähle auf dich, Sigo. Darf ich nochmal durch die ganze Wüste laufen? Vögel. Ja, wenn die Vögel nicht da, wäre es sogar erträglich. Was bist du denn für ein Ding, frage ich mich gerade. Du warst ja mit Feuer, Feuer und Lichter. Hey. Wir haben Informationen erhalten, dass irgendwo in der... dass da einigen paar Gegner in der Nähe sind. Ich frage mich, ob da irgendwo ein versteckter Gang zu finden ist. Ha, 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 ha. Hoffentlich ist das auch ein Versteiger, aber nicht irgendwo ein Loch, wo ich gleich sterben werde. Sieht sogar ganz gut aus. Cyberelf. Gut, Strom. Eine Falle. Warte mal, warte einen Moment. Ich werde sie entschärfen. Gut, du kannst weiter. Wow, Stacheln. Wieso macht mir das kein... Wieso bin ich gerade von Unbehagen erfüllt? Naja, wenn man vorsichtig vorgeht, hat man eine Chance dagegen. Gott, was erwartet mich denn hier außer so ein Kreisel am Boden, die wir aus allen möglichen Legames spielen kennen. Also bei der Feindbesetzung haben sie echt was von Ninja Gaiden abgeguckt, ganz ernsthaft. Wie bin ich da bis drauf gekommen, frage ich mich gerade. Ich will es aber nicht gar nicht wissen. Okay, langsam wiederholt sich das Ganze aber. Eisboden. Aber ich rutsche nicht mal mehr. Aber Eis? Warte mal. Klingt vielleicht dumm, aber... Ne, wäre es einfach gewesen. Aber Eis? Das würde zumindest damit über ein Stück... Damit zusammenpassen, dass... Ein... Das letztes... Das würde zumindest zum Element des letzten Guardians passen, wenn wir hier alles toll stellen. Es fehlt noch ein Gewisser, den man sich vielleicht... Den man sich vielleicht vorstellen kann. Au. Komische Löcher. In der Decke. Und hey. Das ist eine versteckte Basis. Warte einen Moment. Und ich werde die Tür öffnen. Es ist geöffnet. Pass auf. Alles klar. Und es ist wieder zu. Was gibt's denn hier zu sehen? Hey. Hast du mir was zu sagen? Ah, ich muss das Schloss da schieben. Danke, dass du mich gerettet hast. Es gibt noch sechs weitere Projeden in dieser Basis. Wir werden versuchen, das Shuttle zu überfallen... Äh, das Shuttle im Hangar zu überfallen und... ...während du alle rettest. Ähm... Rette bitte noch die anderen. Ich warte am Hangar und warte auf dich. Wow. Ich schlage echt zu... ...zumma warte. Ich überfliege das meiste so. Deshalb war ich mir grad nicht ganz sicher. Aber na gut. Es gibt wohl noch mehr... ...versteckte Dinger. Und hey. Ich frag mich, wo das Tor hinführt. Ich kann es noch nicht öffnen, denn... ...es ist zu stark geschützt. Aha. Ah, sie haben dich gefunden. Das ist natürlich schlecht. Bist du in Ordnung? Ich schätze mal. Ach, ich kann die Typen nicht retten, bis nicht der Alarm vorbei ist. Okay. Gut zu wissen. Bitte renn die anderen... ...bitte rette die anderen. Es müssen noch fünf andere sein. Okay, wenn ich den Alarm auslöse, dann dürfen die mich also nicht sehen. Und ich kann sie nicht mit einem Schuss verbrennen lassen. Naja. Au. Das ist ein feindlicher, oder? Hängt es mit voll zusammen, dass ich sie nicht in einem Schuss kriege? Denn so viele Schüsse vom Normalen halten die ja nicht aus. Hm. Ich weiß es nicht. Flucht noch eins. Ach, ich warte einfach ein Momentchen. Hey, öffne die Tür. So, danke. Danke. Sonst nix. Püff. Ich werde euch nie wieder. Ähm. Wann nicht keiner mit dir nach oben schlagen? Das könnte noch ein Momentchen dauern. Das könnte noch ein Momentchen dauern. Und da kann ich nicht mehr mehr durchschießen. Okay. Okay, was habt ihr euch da was ausgesagt? Hey, er ist weg. Oh nein. Oh nein. Blablabla, mach die Tür auf, bitte. Dankeschön. Ach, es hält sogar mehr als ein Schuss. Danke. Es gibt noch mehr... Es gibt noch drei weitere Gefangene, die du retten musst. Gut zu wissen. Das heißt, wenn die Feinabend da sind, kommen die auch nicht mehr so schnell weg. Alles klar. Naja, passt der soweit. Den wollen wir, glaube ich, gar nicht retten. Ne, wenn ich wieder runtergehe, bevor ich die Tür nicht allweggeholt habe, bin ich wieder eingeklemmt da unten. Was ist wohl dazu? Danke für... Danke, dass du mich gerettet hast. Jupp, alles klar. Sollte man ja... Sollte man auch so verstehen können, damit... Ah, ein Leben. Boah, ich hatte ja keine mehr wegen der Fiff-Meer-Fail-Aktion gerade eben. Noch jemand. Wie unerwartet, oder? Eingefangener noch... Noch ein Gefangener. Viel Glück. Sollte ich ihn noch finden können. Schätze ich mal. Tö, du hast mich noch im Leben nicht gesehen. Okay, du bist wieder ein Falscher. Ah, das... Na, das fällig aber so ein Vergessen. Also von der Aufstellung her sieht es aus, als hätte ich ein... Habe ich einen unten irgendwo vergessen, als der Alarm losging? Das war ein Falscher. Ah, ich könnte einfach meinen Saber aufladen, wenn ich eine Leiter bin, wenn ich... Vollhorst. Hier eventuell... Da war er hier aber schon. Und ist auf jeden Fall weiter links noch. Ich bin ein Genie-Sondergleichen, oder? Der war unecht. Dann eventuell hier... Da war hier nicht der... Da war er ja mit dem... Dann oben drüber auf jeden Fall. Da bin ich mir relativ sicher. Ne, da war es auch... Dann ein links davon. Und ja, Ziel, es geht mir gut. Verflucht noch eins. Dann eigentlich... Aber hä? Wo ist denn dein letzter Gefangene? Vielleicht den... Vielleicht habe ich den Zweiten versemmelt. Stimmt, das könnte der Zweite sein, den ich vergessen habe. Ihr wollt also im Nahkampf sterben. Wie viele von euch rennen hier eigentlich rum? Das ist ja... Nein. 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 Die Tür wurde zu stark geschützt, glaube ich. Da war ja der erste Gefangene. Da kam ich überhaupt erst rein. Dann haben wir hier noch einen. Alles klar. Gut, zufrieden. Hast du schon einen anderen gerettet? Vielen Dank. Wir müssen uns um nichts mehr Sorgen machen. Dann nicht zu oft zum Hangar. Wunderbar. Nichts hier auf zum Hangar. Wenigstens waren nun keine Pfeile zu finden. Und die Tür kommt, würde ich... Immer noch nicht kommen. Ich warte einfach jetzt hier. Ist alles vorbei. So. Einfach nur draufschießen, oder? Ich meine, dann können sie ja nicht agieren. Sie sehen mich auch nicht. So schleicht man durch ein Gebäude. Juhu. Danke, dass du uns alle gerettet hast. Aber es ist noch nicht vorbei. Ein Boss schützt den Hangar zum Shuttle. Und wir haben keine Möglichkeit, ihn ohne seine Hilfe zu besiegen. Sivo, hilf uns bitte. Macht ihr irgendwas selbst, Leute. Unglaublich. Viel Glück, Sivo. Unglaublich. 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 Unglaublich.